2 mal im jahr hat sie die in copolis mode müsste die jungen leute in ihren bannen haben diese kreaturen nichts anderes im sinne außer kämpfen und mode nein wir haben uns 11 gemacht ja auch zu 12 258 haben wir können uns davon was kaufen guck mal nach wir können die tank könnten wir es nicht aufrufen aber ich will eine neue waffe willst du auf die neue waffe sparen tausend was ist mit neuen bomben ich finde die anderen bomben blöd dass es instabombe trifft sobald sie ein hindernis trifft obwohl ja aber was ist das das ist verfolgten gegner weil ich weiß nicht so recht ich finde die klecksbombe hat einen höheren radius als die instabombe aber die instabombe naja gut also ich würde schon eher auf dings bombe bleiben auf klecks bombe die dann weiter ausbauen im höheren radios okay na gut dann machen wir das oh grün let's do this spartoon 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 das ding will mich umbringen das ist mit dir geredet was denn ach das sind so ach die bewegen sich jetzt ich das erst ja sie hast gesehen da war dieses ziel dings wenn die mich sehen dann zieht direkt auf mich zu treffen mja die opensated jon elektro-red na ich glaube da ist nichts neben dem vip je 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 ok ja mit dem Bist du eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? Ich bin jetzt gerade ein Junge. Hä? Was ist da hoch? Gehen wir da runter? Achso, ich muss ja hier den Weg runter und dann könnte ich da wahrscheinlich hoch bleiben. Das ist die Scrolldonnen? Ja, ne? Hä? Da hinten musst du es aktivieren. Dafür wäre jetzt eine Insta-Bombe perfekt gewesen. Halt die Presse. Hä? Na? 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 Na, wo ist dein Vater? Äh, mein Vater heißt Hans. Dein Vater heißt nicht Hans? Natürlich heißt er Hans. Er ist wirklich nicht Hans. Hans schlicht. Oh oh. Oh oh. Woah! 360 No Scope. 360 No Scope. 360 No Scope. Spass. 360 No Scope. Oh, ich hab gerade mal einen Handy Backflip, Kickflip, Double Banana Gym gemacht. Ahahaha. So. Wunderstorm! Aber was, womit es damit auf sich hat, das können wir jetzt noch nicht sagen. Was erwartet ihr in ein paar Wochen? Oh mein Gott. Wunderstorm! Candy Bar! Und was es damit auf sich hat, das können wir jetzt auch noch nicht sagen. Oh mein Gott. Hier, Schisch. 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 Lore. Ist das Kanon? 360 no scope. Am Arsch. Ihr merkt, ihr habt Spaß. Zumindest wir. Und das obwohl wir ein Nintendo-Spiel spielen. Oh, shit. Shit. Ja. So diese Massagen-Shirts. Ne, wenn Adam das von YMS sagt, so shit. Das macht so ein bisschen mit so einem A-Laut drin. Das lieb ich shit. Oh, Adam. Und er schreibt seinen Namen mit U. Adam. Und dann Adam und Merc. Ich bin purer Terminator gerade, man. Terminator. Terminator. Ja, du kriegst aber nur die einfachen Stages. Halt denn, Merc. Jetzt, als ob diese Stages jetzt so einfach wären. Die eben war schon echt schwierig, fand ich. Vor allem mit diesen dünnen Wegen da. Guck mal, wie du dich ausbreiten kannst hier. Uuuuh. Na, tut ein Windig. Oh, shit. Oh, shit. Das ist so geil. Oh, fuck. Du siehst, ich hab, äh, ich bin, ich hab die Skills gerade. I've got the skills. I've got the power. I've got the power. Außerdem, diese Ausrufezeichen von den, äh, Doktorianern, die erinnern mich auch an etwas. Oh, my God. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Ja. Es sei denn, ich bin ultimativ gut. Oh, my God. Hier hätten sie es auch verstecken können. Ich frag mich, wie man im Story-Modus bitte, ähm, genug Punkte sammeln soll, um alle seine Waffen abzugraden. Weil ich meine, wir kriegen echt wenig von diesen Power-Palen. Und wir sammeln uns fast jeder ein. Na, man muss wahrscheinlich mehrmals spielen. Und wenn, dann würde ich immer diese eine Stage spielen, wo du gegen diese B***er kämpfst. Weil da kriegst du ja auch nicht so viel. Ja, aber das ist eine kleine Stage. Und dann besiegst du die ein paar Mal und kannst du die ganzen, äh, Dinge einsammeln. What the? Das haben wir schon, ne? Yo. Ah, okay. Aber die Scroll hast du noch nicht, oder? Doch, die haste. Ich bin fertig mit dem Level. Da sind noch Dings drauf. Lohnt sich das? Ja, nicht, oder? Nee. Dann musst du das alles nochmal machen. Denkst du, man kann die hier besiegen, so? Ach so, warte. Schieß mal drauf und wenn es so eine Fontäne ist, dann hat sich das ja erledigt. Muss auch treffen. Tatsächlich? Hat es erledigt, ja. Jetzt müsstest du runterfallen. Ah. Oh, oh, Odossan. Und du hast verkackt. Du bist doch bescheuert. Ne, du bist ein ganz lauer Kopf, ne? Einen Schlagkopf, ja? Einen Schlagkopf haben wir hier. Einen Schlagkopf, ja? Einen Versuchts gut zu verstecken, aber ich seh so ein bisschen das Zucken in seinen Mund. Nein, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich geladen dazu. Das war jetzt eine echt lockere Stelle und jetzt so, ich komm wieder locker hier zurück. Fuchsig gerade. Fuchsig. Wo bist du denn geboren? 1977? Nein, aber ich wäre gern. F*** du, ey. Tut mir leid, aber das war echt geiles Timing. Oh mein Gott. Und das Zucken ist nun wirklich da. Nein, bei Daniel äußert sich das nicht im Zucken oder indem er kreative Schimpfwörter um sich schmeißt, sondern indem er einfach aufhört zu reden. Und es resultiert in moping und doping. Moping und doping? Was ist das denn her? Nostalgia Critic. Oh mein Gott. Ah, uh, ah. Das ist so ein Klischee, was er hasst, wenn Missunderstanding oder Liar Revealed in Filmen, also wenn es diese typische Lügengeschichte gibt und sowas, das ich auch hasse. Und dann, äh, und die Charaktere deswegen dann für eine Zeit lang mopen und dopen, also so in sich in ihrem Elend wälzen. Und man ganz genau weiß, dass die da irgendwann sowieso wieder rauskommen, weil das halt so ein typischer Film ist, in dem sich am Ende alle wieder vertragen. Und das hasste er und das hasse ich aber auch. Und das macht Daniel gerne, wenn er genervt ist beim Spielen. Was zu... Alter! Ich weiß, es ist aber nicht ganz einfach hier gerade. Du kannst drauf stehen, du kannst aber drauf stehen. Halt deinen Mund. Ich hab's geschafft. Oh, willst du mir Tipps von mir annehmen? Ja. Jetzt, jetzt, jetzt ist es ja wirklich. Echt, ey. Ich bin froh, dass die Folge fünf Minuten rum ist. Komm schon, schaffst du es, schaffst du es jetzt, komm schon. Fünf Minuten, ja, wahrscheinlich nicht. Oh, du Flute auf den Hut. Zu Kriegsbeginn saß für die Octorianer noch gut. Danke des Fleißes und zeitigen Aufstehens, waren sie den faulen Inklingen überlegen... Zeitigen Aufstehen! Pssst! Auch vor Hundertlachen waren Inklingen ja schon so vergnügungssüchtig wie jetzt. Weil die, weil die früh aufstehen! Ist das deren, ist das deren schwierige... Achso. Ja, zehn. Ist das deren... Doch nicht so zehn, man! Ja, das ist mir schon klar, aber hier stehen ja keine Nummern drauf, was ich zu gescheitze finde. Doch, wenn du drauf hältst, musst du nicht hin, dann kannst du... Ah, was haben wir jetzt gemacht, die zwölf? Ja, haben wir. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Jetzt ist er voll aggressiv! Jetzt ist er richtig genervt! Ich mach gleich die Mission gegen die B****. Einfach so, einfach so. Ja, danach ist ja gleich... Die nächste ist ja so eine. Echt? Ja. Ah, läuft, klar. Da kann man wahrscheinlich ja... Okay. Oho. inhib? Bam! Bam! Du! Block! Wie! Verräterorsweinen-Verräter? Verräterorsweinen-Verräter! roveindern Vollherter! Oh, Secret-Secret-Kiste. Spooky-Scary. Spooky-Scary. Spooky-Scary-Scary-Spooky. Ähm, was ist das? Was ist das? Ah Gott, wie geht's nochmal? Boys Becoming Man. Man Becoming Wolf. Was? Das ist von irgendeinem Song, der Monster Party heißt. Monster Party? Boys Becoming Man. Man Becoming Wolf. Okay. Ist hinter dir vielleicht die Scroll? Jaaaa! Stand out. Schlau, schlau, schlau. Schlau, 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 schlau. Schlau, 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 schlau. Wie hieß der Kerl nochmal? Oh, jetzt hab ich... Und Roger Smith war ein Prophet. Dum, 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 dum. Leute, wir sind definitiv ein Ausschnitt einer ganzen Kultur hier. Calm the f*** on. In your face. Hm. Was ist das für eine Fanfare immer? Die Fanfare, ich weiß nicht, eine von den Gegnern oder... Das gehört zum Sound. Das ist interessant. Ich glaub... Wow, okay. Ich frag mich halt jetzt, wo hier die Scroll ist. Die könnte nämlich hier sein, direkt unter dir. Okay, ich zerstöre erstmal den ganzen Blödsinn hier. Oh, okay. Oder auch nicht. Aha. Oder da. Kann das auch sein. Obwohl, ne, das ist nicht alt. Boah, jetzt bin ich... Guck mal, dreh dich mal rüber zu der anderen Seite, guck mal. Siehst du da irgendwas? Beobachte das mal, das Ganze. Unter der bewegenden Plattform vielleicht. Hier drunter oder was? Rechts von dir die bewegende Plattform, da. Kannst du da runter gucken, guck mal. Die Seite? Nee, ist nicht so okay. Also, es hätte so kryptisch sein können, aber... Das schaffst du nicht? Okay, doch. Das ist noch ein Item, ja. Ein Schutz-Dings. Ja, ich sehe auch nichts. Nee, ist okay. Ich glaube auch nicht, dass das was ist. Ich würd's nicht probieren, oder? Okay, knapp. Ja, ich auch. Ja, das ist schon ein bisschen... Na, okay. Wahrscheinlich ist ein Dievengebiet dann. Die machen die Musik. Tatsächlich, ja. Okay, gucken wir mal. Wahrscheinlich hier irgendwo unten drunter noch. Ah, okay. Da kann ich nicht drunter. Aber du kannst da... Siehst du, wenn du da... Mach dich da mal hier jetzt klein. Also, bleib mal jetzt hier in Squid Mode. Ja. Kannst du mit? Nee, du wirst da ausgedrückt. Dann geh mal hier drum herum. Da sehe ich schon mal eine Kiste. Und mehr Küsten. Hössner. Haha. Ah. Spiel, Satz und Schisch. Ich hab heute irgendwas geprüstückt. Aber die waren ein bisschen einfach versteckt. Also, die anderen waren schwieriger. Hössner. 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 So. Äh. South Park, ja. Also, die Japaner bestimmen auf der Welt, wer schwul und wer nicht schwul ist. Wieso beschwimmen die? Was? Ich glaub, ich hab die Folge nicht gesehen. Ja, du hast doch, keine Ahnung, die letzten sechs Staffeln nicht gesehen. Ja. Musst du sehen, Mann. Die sind wirklich, wirklich gut. Hössner. Oh, ne, Luftballon ist richtig viel wahrscheinlich drin jetzt. Ne, okay, das war erbärmlich. Das waren nur zwei Stück pro Dings. Ja, aber die sind ja auch sehr einfach zu kriegen. Ja. Da ist noch ein Luftballon. Bevor du weiterspringst, dann ja, gleich. Okay. Da hin, ja, okay. Ich seh's grad. Wow. Okay, ganz cool, ganz cool. Ach, die kann ich ja einfach abschießen, genau. Mhm. Toll. Okay. Gut. Jetzt kommt der letzte Checkmall. Es läuft, es läuft eigentlich ganz gut. Ja, letzter Checkpoint. Jetzt geht die Schwierigkeitsgrade wieder hoch hier. Ich seh schon wieder, was das hier ist, ey. Supercool. Super, supercool. Spooky, scary. Spooky, scary, scary, spooky, man becoming wolf. Okay. Kann ich erwischen? Ja, du kriegst ihn erwischt. Ja. Der hat nichts geahnt, bevor er gestorben ist. Wow, das war... Ich hab gedacht, wenn er kein Tint ist, flieg ich auch unter. Aber okay. Ja, das dachte ich auch gerade. Also, du fliegst doch wahrscheinlich. Haben wir vielleicht noch ein bisschen genug drin? Oder was? Nee, das ist nix. Wir haben ja alles eigentlich. Ja, stimmt. Aber Powerpairn sind schon wichtig. Wow! Green Slime! Was sagst du? Ähm, die Verbesserung auf Stufe 2. Ich hab ja 1,6-fache Feuergeschwindigkeit von der Waffe. Sagst du, das ist jetzt 60% Steigerung zu jetzt oder 60% Steigerung zum Anfang? Zum Anfang würde ich sagen. Hm. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es nur zum Anfang ist. Ääääh! Sehr gut gemacht. Irgendwas hier? Hier hätten sie auch ganz cool die Scroll verstecken können. Irgendwie in diesem Prozess. Ja. Okay. Bam! Das lief doch hoch! Das lief doch hoch! Ja! Also, ähm, wir werden sehen, wie ich nächste Folge die Squid-A**-Ariane fertig mache. Und, ähm, bis zum nächsten Mal! P Occup Ääh! Quack! Muck mac. Muck.